Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums feierte die Jugendfeuerwehr Rüstringen einen Tag der offenen Tür. Die Nachwuchskräfte bewiesen bei einer Übung ihr Können und ließen die Gäste staunen. Beeindruckt zeigten sich auch Bürgermeisterin Ursula Glaser und Jugendamtsleiter Carsten Feist. Beide richteten für die Stadt Grußworte an die Jugendlichen und ihre Betreuer. Untertitelung des ZDF, 2020